So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder unterwegs in Escape from Tarkov auf der Karte Woods. Bin gerade als Gav unterwegs, hab gerade mein Equipment gecheckt, am Auto war wohl noch niemand. Komisch, da rusche ich direkt vorbei. Und zwar, es geht heute darum, jetzt habt ihr bestimmt schon den Videotitel genommen, ah, ich sehe gerade, der Kofferraum ist doch schon offen. Es geht um ein Giveaway, und zwar um den Factory Key. Wir wollen ihn einmal raushauen und uns natürlich auch damit irgendwo bedanken für das rege Teilnehmen, einen Kommentieren und die Videos liken. Und wir hoffen natürlich auch weiterhin drauf, dass ihr bei uns vorbeischaut und euch unsere Videos gefallen. Und ja, wir hauen ein Factory Key raus. Am Sonntag wird die Auslösung sein, 12 Uhr, wie beim letzten Mal mit dem Markt Key. Schreibt einfach in die Kommentare, Hashtag Factory Key. Und dann werde ich einfach unter dem Gewinner kommentieren. Und dann treffen wir uns auf dem TS und machen einen Termin aus und dann überreiche ich euch den Key. Und ja, ich habe noch einige andere Sachen, wo ich auf jeden Fall noch raushauen möchte als Giveaway. Und ist eine kleine Überraschung, ist auf jeden Fall krasser als der Factory Key. Ich habe da so ein paar Ideen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch euch freut, im Prinzip mitzumachen. Wenn ihr Bock drauf habt, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da hinten ist ein Skeff, hoffentlich. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, da drüben sind zwei Spieler. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was ihr euch vielleicht auch als Giveaway wünschen würdet. Und dann hoffe ich, ihr habt Bock drauf, macht mit. Und ich gucke jetzt mal kurz, ob ich die hier von hinten noch snacken kann. Was sind Schüsse? Was sind die Scaffs? Man weiß es nicht. Lebt er noch? Ist hier irgendwas dabei? Sieht nicht so aus. Ein paar Magazine. Jo, und dann will ich euch nicht weiter aufhalten. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, freut euch riesig drauf. Sonntag, 12 Uhr wird's verlost, das Ganze. Und dann sage ich, jo, vielen Dank fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei mir Ong. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.